Im Evangelium von heute hören wir, Jesus hatte Mitleid mit ihm, mit dem Aussätzigen. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Die Aussätzigen von heute, das sind die Randgruppen und die Menschen, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Vielleicht Obdachlose, beruflich Gescheiterte, Behinderte, Alte, Unbeliebte und viele mehr. Der erste Schritt, auf sie zu ist Mitleid im Wortsinn. Nichts Herablassendes, sondern das Einfühlungsvermögen, das Leid anderer mitzufühlen, die Welt aus ihren Augen zu sehen. Dann der Mut, die Hand auszustrecken, sie zu berühren, in Kontakt zu treten, ohne direkt daran zu denken, was werden wohl die anderen sagen, die werfen mich doch mit dem in einen Topf. Als drittes, der Wille, ja ich will, für mich bist du kein Aussätziger. So können wir auf Jesus Spuren gehen. Überlegen wir, wen wir diese Woche berühren möchten, von denen wir uns immer gescheut haben. Gehen wir auf diese Menschen zu und wir werden sicherlich auch selbst reich beschenkt.